hey freunde willkommen zum heutigen test heute sind ja f3 knallerchens dran wir haben hier die neueste variante der dumm bumm ich sag jetzt mal naja zwischengröße ist so eine mini größe die haben jetzt hier 0,2 gramm bks wie ihr wisst naja es waren ja nur noch büller bis maximal zwei gramm hergestellt deswegen ist das sozusagen die zukunft der kleinen polen büller auf deutsch gesagt wie sagt 0,2 gramm das sind sechs gramm pro das für das ganze paket sozusagen preislich liegen wir hier unter fünf euro das paket ja wie sagt f3 mit einer im von sechs gramm aufs paket und bezeichnung ist hier als dumm bumm red und dann würde ich sagen gehen wir mal raus schauen uns die teile an 0,2 gramm was können die so freunde willkommen zu den 0,2 gramm von classic bezeichnung war dumm bumm red rote zündchen trotzdem gut eigentlich für 0,2 gramm wobei ich der roten zündchen irgendwie nicht so vertraue keine ahnung warum ja also 0,2 gramm trotzdem gut ja das war der letzte für euch ja das war der letzte für euch ja dat war der letzte für euch jetzt auch wenn du jetzt rein noch mal ist du Bis zum nächsten Mal.